Du und ich Mal bist du laut, mal bist du leise Mal bin ich doch nie allein Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein Oh, Heimat, so schön wie du mich anlachst Du bist immer da, wenn ich kein zum Regen hab Oh, Heimat, so wie du wieder aussiehst Ich trag dich immer, immer bei mir Zu mir Alle zwei Sekunden verliert ein Mensch sein Zuhause Seine Heimat gegen Krieg Deshalb hab ich, um diese Schweigeminute jetzt einzuleiten Letztes Jahr eine Friedensglocke schmieden lassen Denn es ist ja so, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg Über 150.000 Kirschenglocken beschlagnahmt wurden Um Waffen herzustellen Allein in Wien 1100 Glocken Und ich hab diesen Prozess umgekehrt Ich hab mit meinem Team Kriegsschrott und Waffen gekauft Und die Peacebell geschmiedet Ich hab diesen Prozess WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Danke schön.